Soll ich jetzt noch mal laden? Das muss alles da rein. In den Pressewagen den ganzen Müll reinladen? Es ändert sich doch sowieso nichts für euch. Warten, hat er sich gestresst gefühlt? Alltag mit einem Elektroauto. Wie sieht der wohl aus von den Laternenparkern, habe ich mich gefragt. Mein Name ist Steve und ich teste verschiedene Elektroautos im Alltag ohne eigene Lademöglichkeit und zeige euch, dass es ohne Probleme funktioniert. Und dann dachte ich mir, hey, ich muss doch sowieso ein paar alltägliche Sachen transportieren. Und heute geht es zur BSR, das heißt zur Entsorgung. Und da gucken wir mal, was so in den Kia e-Niro reinpasst. Hoffentlich ohne ihn zu beschädigen. Ich habe ein paar alte zerlegte Schränke, die ich wegbringen muss. Und ich denke, so geht es vielen, die nur ein Fahrzeug haben, aber vielleicht auch innerstädtisch leben, die halt auch jeden Tag mal ein bisschen mehr Platz brauchen und mal gucken müssen, was passt denn da so rein. Ich habe den Zollstock mitgebracht, das heißt, ich messe zuerst mal den Kia e-Niro aus. Und dann schauen wir weiter. Puh, das Wetter ist feucht, schwül. Da kommt man gut ins Schwitzen, wenn man hier Schrank runter trägt. So, ich zeige euch mal, was mit muss. Das muss alles da rein. Ob das passt? Ich glaube schon. Ich habe mal gerade ausgemessen, wenn ich den Beifahrersitz nach vorne mache, dann habe ich hier 1,80 Meter Tiefe. Wenn ich den hinter mir messe, habe ich 1,60 Meter Tiefe. Das wird nicht ganz reichen für die großen Teile. Breite ist wie beim Ioniq 5, etwas über 1 Meter. Und von der Höhe her ist eh klar, bis zur Fensterkante haben wir, siehst du, das habe ich gerade nicht ausgemessen, bis zur Fensterkante haben wir ungefähr 50 Zentimeter. Also, damit sollten wir hinkommen. Damit ich aber keinen Ärger mit Kia bekomme, fangen wir erst mal an, den Wagen entsprechend auszukleiden. So, große Teile sind drin, der ist doch ein bisschen kleiner, als ich gedacht habe. Das müsste mit der Heckklappe, das könnte eng werden. Ich werde für hinten auf jeden Fall auch noch mal eine Decke drüber packen. Nicht, dass ich mir hier die Wange zerkratze. Und einige von euch werden sich halt bestimmt sagen, wie kann denn der in den Pressewagen den ganzen Müll reinladen? Und da muss ich sagen, ja, hätte ich natürlich auch mit meinem Fahrzeug wegtransportieren können. Aber es geht ja hier darum, die Alltagstauglichkeit zu zeigen von diesem Fahrzeug. Und ich kenne genug Leute, die sagen, nee, der Ioniq ist nichts für mich, weil Reichweite zu gering, weil zu klein. Und ich bin der Meinung, der Ioniq ist genauso groß wie der E-Niro. Lediglich, er bietet halt mehr Höhe. Und ich möchte halt zeigen, dass der Wagen hier eigentlich schon eine eierlegende Wollmilchsau ist für die meisten. Denn er bietet dir hinten, ich sag mal so, es geht schon in die Richtung Kombi. Er ist natürlich nicht ganz so lang, er ist ein bisschen kürzer. Das macht es aber in der Stadt oder im urbanen Raum sehr angenehm, weil er ja natürlich in Summe kleiner ist. So, hoffnungslos überfordert auf dem Recyclinghof der BSR. Hier drücken, und dann drücken wir mal da. Können wir jetzt hier schon Parkgebühren bezahlen, oder was? Ja, da wie läuft es. Einmal die gesammelten Werke von Ikea, Presssparen. Achso, nur das oder? Nur das. Dann haben wir mal wieder hochfahren, Altholz-Continas ausgeschildert, ja? Alles klar, danke. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Alles losgeworden, und Auto sieht noch tippitoppi aus. Hat also, der Plan mit den Decken ging also auf. Jetzt wäre meine Frage an euch da draußen, soll ich denn diese Woche nochmal laden? Denn, ich bin jetzt zum Recyclinghof gefahren. Ich muss, übrigens, genau, ich muss dazu sagen, ich bin zuerst von mir aus zum Recyclinghof Südkreuz gefahren. Und, ja, hab halt erst vor, ich hab extra noch bei Google nachgeguckt, ja? Ob die jetzt pandemiebedingt irgendwie doch wieder andere Öffnungszeiten haben. Steht, nee, da, alles klar, hier öffnet, super, kannst du vorbeifahren, ja? Dann komm ich da, es steht dann Schild. Und, ja, seit 31. März haben wir hier zu, war? Musste gerade Straße fahren. Oh. Also, bin ich dann von da aus dann nochmal extra nach Grabestraße gefahren, wo ich ja jetzt den ganzen Schund abgeben konnte. Und, ja, das ist halt eben die Frage, soll ich jetzt nochmal laden? Weil, wir sind ja im Zwiespalt, eigentlich hab ich ja in meiner ersten Serie gesagt, ne? Steht da dann Leder. Da wurde ich aber auch kritisiert, dass ja in vielen Ortschaften, in vielen Bereichen, ähm, nicht so viel Ladeinfrastruktur vorhanden ist wie in Berlin. Und deshalb hab ich mir eigentlich gesagt, möchte ich dieses Mal nicht immer laden. So, ja, natürlich habe ich jetzt am Montag, ähm, an einem Supermarkt geladen. Aber sei es drum, es kann auch eine Bürgermeistersäule sein, an der ihr über Nacht, einmal die Woche das Autoabstand über Nacht ladet. Oder es kann auch eine ganz normale, sonst irgendwie geartete Ladesäule am Straßenrand sein. Oder es kann zum Beispiel auch eine mit einem Nachbarn gescherte Wallbox sein, wo ihr sagt, hm, der wohnt vielleicht fünf Häuser weiter. Da geh ich einmal die Woche hin und hab das mit dem abgesprochen. Ich komm jeden Montag und kann dort mein Fahrzeug abstellen, kann dort mein Fahrzeug laden. Ähm, über Nacht. So, und dafür gebt ihr denen halt irgendetwas, ne? Weil, man muss ja sagen, ich hab bis 75% nur geladen. Hab jetzt zwei Tage hinter mir, hab immer noch 190 Kilometer. Also was wird sein? Morgen fahr ich zu einem Presse-Event. Das wird auch nicht so megamäßig viele Kilometer sein. Es kommt halt jeden Tag immer nochmal dieses zur Schule bringen und von der Schule abholen dazu. Ähm, am Donnerstag kann ich nochmal irgendwie nach Brandenburg rausfahren. So, und dann haben wir auch schon Freitag. Am Freitag geht's dann für Stefan und mich tatsächlich auf Langstrecke. Dann nehm ich dann so einen Tag Langstrecke auf jeden Fall. Mal mit in diese Serie rein, was ist, wenn du Langstrecke fährst, wie sieht das dann aus? Und wie startest du als Laternenparker auf Langstrecke? Startest du mit einem leeren Akku, startest du mit einem vollen Akku? Das werde ich dann alles mal zeigen. Ähm, die verschiedenen Strategien. Ähm, mich hat's ja damals immer genervt. Mein alter Benziner, der hat immer ab 80 Kilometer Rest, hat ja angefangen, ein Alarm zu machen. Und dann ging der mir permanent und wie gefühlt alle fünf Minuten hat er PING! Und hat dann diese Benzinleuchte, also im Infotainment sozusagen, eine Benzinwarnung angezeigt, dass das fast leer ist. Und hat dann auch immer erwartet, dass du das quittierst, dass du immer gesagt hast, ja, okay, habe ich gelesen. Es kam auch letztens mal ein Kommentar von wegen, ja, weil das so gefährlich ist, ohne Strom liegen zu bleiben, deshalb warnen ja die E-Autos schon so früh. Also, da muss ich mal kurz einhaken und muss sagen, was? Und bitte, äh, mein Ioniq, ja, der hat ja mit 28 Kilowattstunden jetzt bei weitem keinen gigantisch großen Akku. Und der warnt mich bei, ich glaube, das erste Mal bei 14% Rest. Das sind beim Ioniq, ne, 14%, könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viel Kilometer das ist, wenn er im Winter, im Winter 180 Kilometer schafft und im Sommer 220 Kilometer. Äh, sorry, aber da hat mich bisher jeder Verbrenner früher in den Wahnsinn getrieben, dass ihm bald der Saft ausgeht, ne? Also, wo solche Kommentare herkommen, weiß ich nicht. Ich bin jetzt übrigens keiner, der sagt, irgendwie für diesen Test wird ökologisiert, ne? Wir haben die ganze Zeit draußen, also heute ist der erste einigermaßen kühle Tag mit 22 Grad, wir haben die ganze Zeit draußen, ähm, 35 und mehr Grad. Das heißt also, da muss dann auch durchaus mal der Akku gekühlt werden, ähm, respektive hier drinne. Ich habe, ich nutze permanent den Komfort der Vorklimatisierung, das heißt also, dass ich in kein warmes Fahrzeug steige, sondern, dass ich in ein vorgekühltes Fahrzeug steige, dass ich den Wagen per App natürlich vorher, ähm, runterkühle. Weil in meinem Wagen habe ich belüftete Sitze, das hat diese Ausstellungsvariante jetzt hier nicht, aber ich merke, dass wenn ich natürlich per App vorkühlen kann, dass das durchaus die, die belüfteten Sitze kompensiert. Belüfteten Sitze, ja klar, bräuchten weniger Strom, als wenn ihr die Klimaanlage irgendwie 10 Minuten vorher laufen lässt, aber hey, ich meine, es ist gut für euch, ne? Ich lasse jetzt die ganzen Tage die Klimaanlage 10 Minuten vorher laufen und verbrauche sozusagen nochmal extra Strom, fahre bei Weitem überhaupt nicht sparsam. Also ich nutze auch den Spaß, den diese über 200 PS, glaube ich, was der e-Niro hat hier, ähm, bieten. Ich mache auch Ampelsprints, ich, ja, fahre halt ganz normal. Habe jetzt hier die Klima an, so wenn jetzt, wenn die Kamera nicht laufen würde, hätte ich auch noch das Radio an. Wie kann denn ein Pkw langsamer sein als ein 45er-Roller? Das werde ich nie verstehen. Wie ein Auto von einer 50er-Strecke von einem 45er-Roller überholt werden kann. Der Wagen aber zuvor, zuvor ausgeschert hat, auf die freie Spur. Warten, hat er sich gestresst gefühlt, weil ihm der 45er-Roller im Nacken hing oder was? Ich verstehe das nicht, ehrlich nicht. Wenn Leute so fahren, dann braucht sich auch keiner aufregen, wenn irgendwann, wenn die Grünen wollen, dass die gesamte Innenstadt 30 wird. Warten, es ändert sich doch sowieso nichts für euch. Wahrscheinlich fahren sie dann 20. Ich fahre jetzt nochmal zum Supermarkt, muss nochmal ein paar Kleinigkeiten holen. Es ist auch kein Supermarkt, bei dem man irgendwie laden kann. Also es ist nicht so, dass wir nur Supermärkte haben, aber der liegt jetzt gerade auf dem Weg. Normalerweise bevorzuge ich die, wo ich laden kann. Aber der liegt jetzt halt einfach auf dem Weg und ich brauche nur eine Kleinigkeit. Deshalb werde ich die ja noch holen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Und ich hoffe, es war nicht allzu langweilig in meiner langweiligsten Serie, in meiner dritten langweiligsten Serie, die jemals auf YouTube stattgefunden hat. Ich glaube, langweiliger ist einfach nur noch irgendwie einem Brot beim Schimmeln zuzugucken. Aber darum geht es, zu zeigen, wie unaufgeregt Elektromobilität im Alltag tatsächlich ist.